hey ho meine lieben samstagmorgen kurz vor acht 180 kilometer von der home weg ja wo bin ich ich bin beim manuel vom tyson blog und was machen wir heute wir fahren richtung beef buddy ja der hat geladen zu einem kleinen blogger treffen und da werden wir hineiern aber jetzt gehe ich erst mal rein und haben wir noch einen kaffee ins gesicht manuel mach hin der biffi wartet die leute wir sind mittlerweile angekommen und jetzt schauen wir hier doch gerade mal ein klitzeklein bisschen um ja ralf peter mein freund was machst du das schönes ich versuche dass wir gleich einen burger auf den tisch kriegen wir machen burger burger hören sich immer gut an und bisschen bacon dabei und schmorte zwiebeln tomatenscheiben haben wir noch drehen rohkola man drin also gibt tatsächlich einen gesunden burger also okay hier hat der herrinnen noch ein bisschen was aufgebaut ja an gewürzen und zubehör und ja den kühlschrank zeige ich euch jetzt lieber nicht der schon vom bier zusammengebrochen ja dann schauen wir doch noch in kühlschrank rein mal sehen was er hier drin versteckt hat der beef buddy ja so viel bier das bier war wieder schwerer würde ich mal sagen als einen kühlschrank gedamaged aber ich hätte natürlich das einfach in ganzen kisten da reingetan aber ich nehme mir eins von unten nein das gute mühlenkölsch so sieht es aus irgendein hamburger das ist der hamburger aus hamburg glaube ich auch schon beim sektor haben wir auf jeden fall mal zu probieren geschickt und ja die anderen fleischstücke haben wir ja noch da denn waren so lieb und haben uns wirklich komplett mit fleisch heute ausgestattet ich glaube sechs kilo haben wir da sollten wir wegkriegen 100 prozent deutsche ferse haben diese fersen diese bürger getrampelt damit die so platt werden ganz genau so werden bürger gepresst mit fersen die spannung steigt werden sie was taugen werden sie gut sein also ich schätze mal ja weil bis jetzt bin ich vom steak shop noch nicht enttäuscht worden also auf jeden fall sind die nicht dick und fest gepresst sondern die sind nur mehr so gedrückt ne ja 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 schauen wir wie sie auf dem grill aussehen also wir haben eine schöne größe ne ja nicht einer nicht einer wie der andere komplett ne gucken wir ein bisschen die unterschiede minimal aber sind da also die werden wir jetzt mal probieren das geht ja gar nicht ohne mich ist das branchenburger style ja ja macht nix wird gegessen ja da wird die erste bürger schon gebaut ja turkey boy und das ist meiner bacon drauf viel bacon das ist für den junkie mach eine der wollte ich ja sagen ich hab mit deiner frau gesprochen du sollst nicht mehr kriegen komm her du hast du gehört noch guten alten zeit jawoll hast du mal hier der ralf beef buddy burger hier lunzen sie rein wämmse ich mir voll ins gesicht tja dann wollen wir uns das ding mal reinpfeifen hier das ding mal reinpfeifen hier ist ja gut ja es ist ja gut das ding mal reinpfeifen doch mal hier raus Geil. Und definitiv eine herrliche Sauerei. Ja, Fazit zum Patty. Werde ich gleich sprechen. So, jetzt habe ich die auch noch erwischt. Ja, Tischmanieren habe ich eh nicht. Aber das ist richtig gut. Das Fleisch, das schmeckt schon gut. Sag ich doch. Sprichst du das Fazit zum Fleisch? Was? Ja, natürlich. Was denn? Zu dem Patty, das Fazit. Das Fazit ist geil, das Fleisch. Sag ich doch. Ja, sag ich doch auch. Ja. Aber das liegt bestimmt daran, weil der René das gemacht hat. Der hat das mit Liebe zusammengebaut. Moment, ich komme mal zu dir rüber hier. Also, ich hätte jetzt noch gesagt, ein klein bisschen Salz und Pfeffer noch aufs Patty drauf. und absolut perfekt. Aber auch ohne ist es schon verdammt lecker. Also, ich sage dir das mal ganz im Ernst. Ich stehe da ja nicht so drauf mit Salz und Pfeffer. Scharf bin ich selber. Salz ich auch. Ja, Salz ich auch. Wenn er mal in den Schwitzen kommt, der kommt. Dirk wieder. Dirk wieder. Ja, aber es ist lecker. Säure. Ich würde sagen, von Stahl. Ganz okay. Der Hamburger, ich will nicht probieren. Attacke, hau rein, hau rein, hau rein. Jawoll. Ja, mh. Oh, ist der gut. Mh. Oh. Also, ich nicht mehr. Warum? Ich habe ihn gut gefunden. Ja, leid sie da. Vorteil an der 25er-Box. Immer noch was mit dem nach. Jetzt noch mal. Die Patty ist wirklich hervorragend lecker. Wir sind hier, wie immer, geteilter Meinung. Die einen sagen, nee, auf gar keinen Fall mehr nachwürzen. Und die anderen sagen, ja, bisschen Salz und Pfeffer hätten wir noch aufs Patty drauf tun können. Ja, wie es immer so ist, jeder hat seine eigene Meinung. Aber die Dinger sind saugut. Muss ich echt sagen. Ja, hier will ich. Onkel Johnny ist da. Ah, bloß das Fleisch. Das sind gestörte. Oder was sagst du dazu? Total gestört. Was? Woll ich warten, oder was? Was wird hier schon wieder gespielt? Bierchen. Onkel Johnny, natürlich. Bierchen vor vierchen. Oh, das ist schon vier, oder was? Die gönnen wir jetzt schon ein Kölsch. Ja, wie muss man sich das hier ja nicht gestalten? Und mit dem guten Mühlenkölsch wird mir das auch hoffentlich gelingen. Ja, bestimmt. Lunsen wir es uns rein, Freunde. Ja! 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 Johnny, was hast du uns da mitgebracht? Weiß ich nicht. Pizza-Dinge, das kennt ihr doch alle schon. Ganz genau. Ja, Freunde. Diesen Lümmel testen wir heute mit Holz. Weil ich das selber noch nicht getestet habe, könnt ihr das alle mal ausprobieren, ob das was taugt. Ich bezweifle es, weil mit Gas ist es natürlich einfacher, aber Holz macht mehr her. Also los! Zünden! Oh, der muss erstmal mal Holz holen hier, ey. So, der hat ja mitgenommen. Kann man immer Holz hervor, ne? Schanky trinnet meinen Grill an. Lümmel rein! Oh, hier, ne? Lümmel? Und da rein. Oh! Das wollen wir mal sehen, hier. Gute Bio-Holz. Was das Ding kann hier, ey. Das passt ja. Das ist der Papa, ne? So. Und, ist das noch auf 400 Grad? Ne. Das geht zu schnell hier, ey. Schnelle Pizza hier, oder so, ne? Kommen schon Flammen hoch da hinten? Ne, das werden wir noch nicht. Natürlich, ey. Ach, ey, ey. Wow, Kakete ist das Ding. Knack und Back. Mal sehen, was das Ding kann. Johnny, da stimmt was nicht. Das raucht. Steck mal in den Kopf rein. Dann stimmt er wieder. Ja, der Beef Buddy veranstaltet hier heute sein erstes Blogger-Treffen. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich sehe, das ist ein zickriger Knie. Wie bitte? Das ist ein zickriger Knie. Bier. Nein, Quatsch. Also, herzlich willkommen zum ersten Blogger-Treffen hier beim Beef Buddy zu Hause. Ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet, weil ich habe mir überlegt, dass jeder von uns irgendwie was macht, worauf er Bock hat. Das heißt, wir haben einfach mal ein bisschen hier so Veggie-Krams geholt und besorgt. Da kann sich jeder aussuchen, worauf er Bock und Lust hat, wo er sich was ausdenken kann. Wir haben ein paar Gewürze da, Soßen, alles da. Fleisch habe ich auch besorgt. Dazu muss ich kurz sagen, vielen Dank an den Steak-Shop, von dem wurden wir nämlich hier heute gesponsert. Sechs Kilo Fleisch. Danke dazu. Jihah! So, ich gucke mal, was wir heute hier haben. Und unter all diesen Sachen könnt ihr euch was aussuchen, worauf ihr Bock habt. Also, wir haben hier einmal zweieinhalb Kilo Hühnchen. Dann haben wir hier schön zwei Durock-Filets. Oh, sind wir mal zwei dicker Lümmel. Ja, ha. Dann haben wir hier ein schönes Rinder-Filet. Oh! Also, das kann man sich auch teilen. Also, wenn jetzt zwei Boll... Guck, dann nehmen wir es einfach ganz. Einfach rein in den Pizza-Auch. Ja, rein damit. Mal sehen, was passiert. Wir lassen sogar noch in der Folie dran. Wo zum Testen, ob das Fleisch auch gut ist. Hanging Tender. Ja, wir teilen es uns natürlich. Hanging Tender haben wir auch, also der Bock auf Hanging Tender hat. Und dann, weil... Der Beef Party hat ja jetzt einen neuen Rip Rub draußen. Ein paar Spare Ribs, da werden wir mal probieren. Auf jeden Fall auch genug sagen. Ach, hier ist ja noch was. Da ist ja noch mehr. Was ist das denn? Noch ein Entrikot. Uiuiui. Ein Kilo Entrikot. Junge, Junge. Für dich und mich. Und den Junkie. Und alle, die da beißen. Also, Jungs, sucht euch was Schönes raus. Lass uns einfach einen schönen Tag haben. Und kurze Ansage nochmal an eure Fans auch alle. Onkel Jonny, ich war bei dir auf dem Lunsatz-Seminar. Echt? Ja. Ja, hab ich gesehen. Danke, mein Freund. Und da gab es ja noch den Rabattcode. Oh, der ist doch gültig, ne? Onkel Jonny, genau. Gibt's den noch. Onkel Jonny ist gültig. Das heißt, auch für alle eure Abonnenten, Follower, Freunde. Rabattcode Onkel Jonny bis zu 15.5. Und dann gehöre dich bei www.mysteakshop.de Hüaah! 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 Am Elia! Faust, Hüaah! Hüaah! Auf Mara hier für die Creme. Hüaah! Hüaah! Und noch die andere Seite. Hüaah! 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 Ja, los geht's? Jetzt geht's essen. Hüaah! Hüaah! Hast du den einen aus dem Land, hast du mal rausgepickt? Ja, wir haben das mal rausgepickt. Aber den hab ich komplett selber entwickelt. Hüaah! Ja, aber die Serie kenn ich, die guck die im Fernsehen immer. Ja, ja. Muss testen. RIP RAP. Jetzt neu. Wo ist denn der Mini Pranger eigentlich geblieben? Wo hast du die große Lummi-Tüte geholt hier? Baaah! Ja, Turkey Boy, bist du auch mal am Arbeiten? Junge, ich war früher Holzfäller in Kanada. Ja? Aber, nachdem ich den halben Wald abgerodet hab, da ist nix mehr, ne? Da muss ich hier beim René ein bisschen Holz hacken. Ich will nicht, dass der René zu viel abnimmt, naja. Das kann ich nicht verantworten. So, wir waren gerade beim Hotel einchecken und jetzt schauen wir mal, was die Jungs hier dabei gemacht haben. Ich konnte ja nix mehr reinnehmen. Wer hat doch da alles überladen? Turkey Boy, was hast du hier gemacht? Hä? Was ist das? Ja, nur ein Scheiß. Guck hier. Die sieht ja fast giftig aus. Ja, hier. Sushi machen wir, ne? Sushi? Durock-Sushi. Okay. Durock-Filet. Frühlingszwiebel hab ich reingepackt. Ein Stückchen Paprika, Lauch drumherum und dann noch Bacon drumherum, damit das ganze auch hält. Schaut doch ganz gut aus. Ja, schaut ganz gut aus. Ja, toll. Gewappt hab ich das hier, ne? Mit der Schweinerei vom René. Gut. Ja. Und ich muss jetzt dann auch nachher nachziehen und auch noch was machen, oder wie war's? Du hast dir ja noch ja nix ausgedacht, ne? Verdammter Alter. Du musst gleich die Reste benutzen. Ja. Was ist das hier? Das ist Knoblauch. Das ist extra dünn geschnitten, damit er von dem Gemüse und mehr. Das sieht doch ganz gut aus. Gut. Komm da rein. Gibt ja so ein Schwarz. Wer hat eigentlich den Gemüsefret hier reingelassen? René? Was? Hast du den Gemüsefret da reingelassen? Ja, Gemüse & More. Das ist neuer beste YouTube-Channel. Okay. Mehr. Ich film das Brot. Das ist nun schon fertig. Das Brot ist schon fertig? Ja, ich probiere. Das ist schon. Und was hast du hier? Penis. Dass dir das wieder gefällt, war mir klar, mein Freund. Endlich. Das ist ein Filet. Das ist ein Filet. Johnny wieder. Unglaublich, der Kerl. Unglaublich. Ja, dann schauen wir mal, was der mit dem Prängel macht. Das ist kein Prängel, das ist ein Filet. Ach ne, jetzt auf einmal. Na klar. Hast du Prängel gesagt? Oder war ich das? So, das parieren wir jetzt hier erstmal her. Oh ja. Schneiden wir hier in der Mitte erstmal was raus. Teilen wir erstmal durch. Kann man es ein bisschen besser bearbeiten. Dickes Fleisch, Freunde. Verzeiht einem die Fehler mehr als dünnes. Kleiner Johnny-Tipp. Abflexen. Na ganz toll. Ganz toll. Der kriegt wieder tolle Geschenke. Wer nicht spurt, wird gepfandt. Hat er ja auch gewonnen. Das ist kein Geschenk. Das ist ein Gewinn. Gewonnen. Beim Weihnachtsgewinn-Spiel vom Beef Buddy. Hast du mitgemacht? Nö. Ja, deswegen kannst du auch nicht gewinnen. Das ist der Grund, warum er jetzt hier steht und die Pfanne in der Hand tut. Sehr gut. Ja und dieses Pizzagedörnse Teil kann anscheinend auch Fleisch. Da sieht man ja gar nichts. Ist so dunkel. Mal rausnümmeln, oder was? Ja. Na gut, ne? Ja, schaut doch mal nicht schlecht aus. Ja, das wird ja noch. Dann wenden wir es. Dann wenden wir gleich. Gleich. Ein bisschen lassen wir es ja noch. Ja, aber nicht. Ich hab mir das. Ich hab mir das. Ich hab mir die Erdbeeren lassen. Ich hab mir die Erdbeeren lassen. Ich hab mir die Erdbeeren lassen. Oder willst du mir die Erdbeeren? Nö, dann können wir uns gleich drauf und was sagen. Was sagen wir vorher nicht mehr? Ich hab mir das. Ja, ey, die kommt zu lange rum. Ja. Die leeren zwei Stück Gipsen. Und das ist nicht möglich. Voll. Was ist denn hier los? Warte, warte! Stefan, da ist eine Handarbeit, ne? Schimmeln wir auf. Warte mal. So sieht's gut aus. Okay, dann drehen wir. Wenn wir die auch weg sind. Einer war ja eben vorne. Jetzt wissen wir wieder nicht, wo wir hinfilmen sollen. Erst mal das Ding hier. Das ist voll schwer, ja? Was ist denn los, Leute? Ich muss erst mal anschneiden. Du kannst das gleich abziehen. Das Fleisch muss erst mal gemacht werden. Dann komm mal rüber, hier. Schimmel da rein. Komm mal rein, jetzt geht die ganzen Kameras. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Da musst du aber gleich rauskommen, ne? So, da ist es schlecht aus, würde ich sagen, ne? Was machst du denn da? Ja, das kannst du ja nicht essen, ne? Das ist auch ekelhaft. So, das ist jetzt das Steak hier, ne? Onkel Johnny, verzeih mir. Na ja, komm mal ran, hier. Na komm, ich komm mal schon durch, hier. Mal probieren, hier. Du hast ja uns eingeladen, jetzt musst du das ausbaden, ne? Ganz einfacher, ne? Hast du auch ein gutes Gewürz dafür? Ja, dein Ultimate Pfeffer. Ich hoffe, der steht hier schon bereit, ne? Ich glaub, nehm ich nicht. So, ich bau dir da gleich mal was zurecht, hier. Eine kleine Ladung wird's reichen hier, ne? Sind ja bei ihm zu Hause, ne? Ausgewürzt, ne? So, grob und lecker wie vom Bäcker, ne? So, dazu, ne? Scheibchen Brot. Na du? Ach komm, schon. Ach komm, schon. Ach komm. So, für dich hier. Und für mich. Und jetzt nehm ich da einfach was raus hier. Aus der Pfanne hier, ne? Bisschen Grünzeug, ne? So, für das Auge, ne? Ja, verbände ich die Fingers. Ja, irgendwie Grünzeug, ne? Zack. Hier ein bisschen Pfeffer drauf. So, das ist jetzt dein kleines Häppchen hier. Das ist mein Probierstückchen? Ganz genau. Kannst du mal ein bisschen Essig draufdrücken? Probieren. Ach, das passt. Ja, das braucht man nicht. Na, dann mal hier. Du nicht, oder was? Ach, das nicht. Das Gemüse. Ich nehm's ohne. So. So. Oh. Oh. Stehen sie sich mal um hier. Ja. So, ich probier's mal ohne hier. Ja. Warte. So geht's auch. Das Gemüse braucht ihr nicht unbedingt. Doch, aber mit Gemüse schmeckt... Das rundet das richtig ab. Das ist nur seine Meinung. So. Also. Die Mühe ist für die Gold. Ja, für die Gold. Ha! Wecker! Hier rein. Ha! Ha! Die liebe Diana von AMT hat gehört, dass ich hier heute was veranstalte und hat mir freundlicherweise für jeden von euch ein kleines Gastgeschenk, das ich euch dann überreichen kann, mitgegeben. Und das würde ich jetzt gerne tun. Oh, mal her damit. Lümmeltüter. Pass auf. Komm mal hier. Ey, so viele Tüten kann ich ja nicht tragen. Du kriegst ja auch nicht alle. Ach so. Jetzt hab ich die Autos weggebracht. Ja. So komm, Johnny. Du bist der Gast. Alle mit der Pfanne hin. Alle rein. Probier doch mal aus, ne? Was hast du jetzt? Beide. Das ist einmal eine Grillpfanne. So grillen musst du. Und einmal eine Platte. Dann kann ich hier ein Veggie mitverfolgen. Ja, ein Veggie mitverfolgen. Ich würde mal rüberballern. Danke schön, mein Freund. Ich würde jetzt die Hand geben, aber ich hab zwei Tüten in der Hand. Wir kommen jetzt. Brauchst, mein Freund. Ja, ja. Danke. Hai Nud, Prost. Ja, ja, Prost. Ist ja mal eine Pfanne, ne? So, der nächste hier. Ach so. Komm her. Auch für dich, ne? Zwei Pfannen. Ausprobieren. Dankeschön. Zapper Lott. Hier wird mir ja noch beschenkt. Hallo. Was? Ich? Ja, ich komm. Hier, mach mal weiter. Komm her. Vielen Dank, Karriere, mein Freund. Ja, kleines Gasgeschenk ist gut. Guck mal die Pfanne an. Komm mal raus. Zieh ab. Das sollen wir ja alle sehen. Ja. Die heißt nicht nur die beste Pfanne. Das ist auch bestimmt die beste Pfanne. Mal runter gucken hier. Heiß. Aber sieht gut aus. Ja, das würde ich sagen. Ich kriege noch ein bisschen Gewürz drüber. Und schon ist fertig. Perfekt. Anschnitt. So. Leider kein Brett zur Hand. Ich hoffe, es schmeckt noch besser als ein Sushi. Ich hab schon, ich mach Sushi. So. Dann. Greif zu. Heißt der aber ab. Das ist zu. Das ist so. Das ist so. Njam, Njam. Heiß. Heiß. Geht ihr ja gesehen. Super. Super schnelles. Einfaches Pizza Brot. Hätte vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer gekonnt. Dafür ein bisschen, dafür ein bisschen heißer. Ob die Möhre jetzt auch schön weich ist oder das? Ja, weiß ich nicht. Es ist keine Möhre, es ist Paprika. Komm, ich schneide mal was durch hier. Ich hab's nicht so mit Gemüse. Das kennt sich auch nicht so gut aus. Aber jetzt kommt das hier drauf an. Schmeckt auch... Oh, ist das heiß. Schmeckt der Whop? Was hast du denn für einen Whop da drauf? Deinen hier. Schweinerei hab ich drauf gemacht. Ah, dann schmeckt das. Das weiß ich noch nicht. Das sag ich, ne? Ja, das sagst du. Klar, würde ich auch sagen. Wenn ich das vertreiben würde, würde ich das auch sagen. Guck mal, was hier drin ist. Schleichwerbung. Überall Schleichwerbung. Das ist keine Schleichwerbung. Das Problem ist ja, wenn das nicht schmeckt, dann sag ich das ja auch. Wenn jetzt meine Kreation nicht schmeckt, dann ist das Gewürz... Wissen Sie, was das Gute ist? Der war's. Ich führe seine Kamera. Das heißt, wenn das ein Fazit abläuft und es schmeckt... Ja, wird direkt gelöscht. Drück einfach aus. Aber jetzt aber mit Alz. Aber heiß, aber heiß. Aber Zeit. Die Idee mit der Kombination kommt gut mit dem Lauch und so. Die Quas sind da drüben immer noch. Ich dreh mal wieder die Cam. Ja, da sind sie alle am diskutieren. Aber ich glaube, das seht ihr dann in einem anderen Video. Die Gemüsefret drängelt sich wieder vorne ins Bild. So, jetzt noch ein schönes Entrikotstück. Ordentlich gesalzen. Kommt es direkt auf die Weberkugel. Weil... Wo soll man so ein schönes Stück Fleisch von uns klatschen? Hallo? Ja, Mann, um auf! War ich zu schnell, Frau? Ja? Jawoll! Film weiter. Wart ihr zu langsam. Einfach ordentlich schön angrillen. Erst direkt. Richtig. Und dann indirekt. Ich habe auch schon langsam Hunger. Nein, du hast deine eigene Sklave. Kann man. Geil, geil. Und du machst jetzt ja Erdbeer-Schatten hier, oder was? Ich probier's. Du probier's das? Dann hab ich den Erdbeer ein bisschen ziebeln. Zucker haben wir da. Wird schon was werden. Na, dann hauen wir rein. Wird ja schon wieder gefuttert. Das ist jetzt mit dem... Rüppwrap. Rüppwrap. Kann man essen? Ja. Dann probier ich das doch auch mal. Ohne Melken. Ob ich das demnächst meinen Gästen überhaupt anbieten kann? Muss man 3 zu 1 machen? 3 zu 1? Also Leute, vor lauter Blödsinn hier habe ich jetzt wieder mal was verpasst. Aber das sitzt ja dann entweder beim Turkeyboy oder beim Manuel. Weil wir sind die Einzigen, die überhaupt noch arbeiten. Die Heftigsten. Ja. Schau lieber mal nach, was mein Fleisch auf dem Grill von Katté hat. Dann lass doch noch ein bisschen Ruhe hinzumachen. Wie hast du jetzt gehabt? Weiß ich nicht. Die haben nur mal geschaut. Guck mal. Also andere machen das mit der Fingerdrückmethode. Kannst du das nicht? Nö. Ich meine nicht dich. Ich meine ihn. Doch. Erlebt das gleich wieder so. Was machst du hier mit meinem Fleisch? Gerade jetzt. Ich mache gar nichts mit meinem Fleisch. Ach du machst gar nichts mit meinem Fleisch. Uh. Du Dreckbär. Mach doch was mit deinem Fleisch. Weil das ist für die Fotos, dass es besser glänzt. Abtupfen. Aber ganz schnell. Warte. Zieh mal den Salat drüber. Sabotage. 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 Dann kriegt der Salat noch die... Der ölt das Fleisch ein. Sabotage. Das ist ideal. Er kriegt das Fleisch noch. Äh, den Salat. Er kriegt dann noch den entsprechenden, äh, das Fleischaroma. Versteht? Leute. Das ist eindeutig Sabotage. Ich würde sagen, hier wird ordentlich gelunzt. Okay. Warte. Bist du dabei? Bist du dabei? Hast du an? Ich filme, ich filme. Willst du den hauen? Willst du den schlagen? Nein. Nein. Ich schlag den doch nicht. Ja? Wir machen jetzt kleine, kleine Veggie-Nin. So, Freunde. Ja, aus Gründen von, na ja. Schneidet eben jetzt, wie gesagt, da reift das Fleisch auf. Ich habe ja viel zu viel Angst, dass ich mal da sonst einen Finger abschneide. Und ich habe ja gesagt, ich muss nicht mehr Auto fahren. Prost. Wird angeschnitten. Mh. Oh. Warte, stopp. Die sind am Anstalten. Warten der da hin? Ja. 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 Ja, ja, ja. Ist das geil oder ist das geil? Ja. Wir haben jetzt gerade das Fleischwerk. Ich muss hin. Ey. Obergeil. Wer hat jetzt recht gehabt mit der Garzeit? Hey. Wie kann man nur faul im Sessel sitzen und dann noch beide so viel Glück haben? Hey, das ist Können und Wissen. Ja, ja. Jahrelange Erfahrung. Ja. Ich verlasse mich immer auf mein Glück. Deswegen hast du auch deine Frau noch, du. Du gehst nicht frech werden hier. Du gehst nicht frech werden hier. Wolltst du mal die Zange? Was dein altes mit allem macht, ne? Ist das nur raus? Also, Leute. Das sieht geil aus. Oh, was machen? Und, und, und? Absolut geil. Ohne Pfeffer? Ohne Pfeffer. Schmeckt geil. Was sagst du? Ohne Pfeffer. Super. Geil. Die wollen alle kein Pfeffer. Nur Salz. Nein. Der Nächste. Tja. Gutes Fleisch. Hey, was geht da hinten ab? Was ist das? Also, Leute. So ein schönes Gedenk hier, würde ich mal sagen. Ja, hier ist ja die Rockbox hier. Was wurde halt gelunzt, Freunde. Schönes Pizzabrot. Pizzabrot und schönes Rinderfilet wurde hier gelunzt. Und der Nini hat ein bisschen Gemüse gemacht. Ich hoffe ganz genau nach deinem Geschmack. Ich meine, das ist ja ein Video nach der ganzen Lunserveranstaltung hier. Das ist ja gar keine Lunserveranstaltung. Das ist ja die Beef Maniac, die Maniac Lunserveranstaltung, ne? Die Meat Maniacs Lunserei hier. Genau. Guck mal rein in eine Kamera. Vielleicht filmst du ja gar nicht richtig, ne? Doch, doch. Ich hab ja nicht so einen Mini-Pringel wie du hier. Ich muss jetzt aber Pizza machen hier. Der hat sogar zwei Seiten, der Mini-Pringel. Ja, ja. Einer nur einer. Aber hast du noch ein bisschen größeres Modell hier geholt. Das hat doch früher nicht mal in die Faust gepasst, ne? Ja. Hey. Fein, du Mann. Ja, heiliges Blechle. Jetzt versteckt das vor mir auch noch. So, ziemlich das letzte Gericht heute nehm ich mal an. Schön Brot unten drunter. Was ist das für ein Fleisch? Rinderfilet. Rinderfilet? Ja. Sehr schön. Das ist ein Pausch, Mensch. Ächstel. Ja. Dem selbstgebackenen Brot vom... Hast du Löwenzahn gepieft oder was? Schau mal. So eine Aufnahme, ja. Das ist kein Löwenzahn, ne? So. Vivo, kein Löwenzahn. Ja. Ich bin doch kein Hase. Bist du nicht. Ein kleines Häschen. Was? Optimiert wird das erst hier mit. Das ist die ideale Zusammenstellung. Ich hätte mich ja nur aus dem Teebeutel. Also, auf alle Fälle sieht's doch mal sehr lecker aus. Ja. Ja. Ganz genau. Hey, hey, hey. Also, ein kleines Vortrag, weil Onkel Jonny, der Dude und der Ninja... Ja, das sehen wir ja gar nicht. Hey, klasse. Die hauen jetzt vielleicht ab. Die anderen bleiben noch über Nacht im Hotel. Kommen morgen noch mal zum Frühstück. Sein Hotel. Ich bedanke mich, dass ihr alle da wart. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. Oh, ja. Wir haben auch nicht kein Lohnsweg sagen. Alle gut gegessen und betrunken. Kommt wieder irgendwann mal. Schön war's. Danke für die Einladung. Ja, jetzt ist der Reihe nach ran, ne? Ja. Ich komm doch morgen noch mal. Ja. Zum Frühstück. Das ist das Ende. Ich will doch jeder Zehn wiederkommen. Ich komm auch noch immer. Ich hab mich super über die Einladung gefreut, ne? Ja, aber du bist scheiße, ne? Und ich hab richtig viel gelernt, ne? Von dir. Bis zehn Zehen. Hast du gelernt. Bis zehn Zehen. Nein, nur haben wir. Felt verbraten. Ich glaub, da ist alles gesagt. Wir kommen ja morgen noch mal her. Ja. Gefrühstück, bevor es dann endgültig heim geht. Ja. Und der Rest ist halt jetzt dann fort. Okay. So, Freunde. Letzte Szene hier am Set, könnte man fast sagen, vom Beef Buddy. Wir haben jetzt hier noch schön gefrühstückt. Die Leute verdrücken sich hier jetzt so langsam. Und wir werden dann auch den Heimweg antreten. Schauen wir doch noch mal in die Runde. Beef Buddy, schön war's. Ja, danke schön. Das machen wir wieder. Machen wir. Definitiv. Das war... Die Eifel. Eifel Barbecue. Genau. Jetzt ab in die Eifel, ab nach Hause. Jo, ab nach Hause. Will ich ja mitnehmen können. Will ich ja mitnehmen können. Der Mann mit Hund. Ja, Luca hat's auch gefallen. Erstes Blogger-Treffen hier. Kann man noch mal machen lassen. Jo, jo, jo. Lass mal die Handtasche noch mal genau sehen. Ja. Das ist das neue Grillshow-Maskottchen. Ja. Der ist auch schon auf Veggie Ninjas abgerichtet. Manuel. Schön war's. Und der Ralf Dieter. Jo. Ja, Leute. Ja? War echt cool. Jederzeit gerne wieder. Und naja. Wir sehen uns vielleicht dann noch, wenn ich daheim angekommen bin. Leute. Bis nachher gleich. Ja, Freunde. Zuhause wieder angekommen. Und mein Gesamtfazit zu dem Wochenende. Es war klasse. Danke Beef Party. Danke AMT für diese Pfannen. Danke Manuel, dass du mich mitgenommen hast. Und danke an alle anderen, die da waren. Danke an alle Zuschauer, die das Video angeschaut haben. Und so weiter und so fort. Ne, es war echt ein klasse Wochenende. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, und jetzt muss ich noch ein bisschen was tun. Weil bei mir steht schon wieder was an. Ich bekomme morgen, übermorgen Besuch. Aber das seht ihr eventuell in einem anderen Video. Okay, Leute. Wir sehen uns. Ciao.